Was ist für mich das Fitness und Power? Für mich sind das Fitness und Power meine zwei wichtigsten Teile in meinem Leben. Ich strebe nach Fitness und versuche täglich meinen Körper nach Feiter zu tunen. Darum passt das auch sehr. Ich bin jemand, der sehr gerne im Fitnesscenter trainiert. Ich strebe nach Power. Im Ironman braucht man sehr viel Power. Darum ist das auch ein sehr cooler Fit und ich bin sehr stolz, Markenbotschafterin von Flower Power zu sein.